Du kannst gerne Boss sein. Sei du Boss, sag mir, was du machen musst, ja? Aber dann mecker nicht danach, dann mecker nicht, ja? Wenn du so alles so besser weißt hier, oh, Fisch und Fleisch nicht müssen, oh. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Overcooked. Letztes Mal haben wir ein Mega-Finale hingelegt. Das war der Hammer, ja? Ich komme noch nicht hier hoch jetzt leider. Ja, das ist anscheinend nicht so, aber du musst den Schalter aktivieren, ja. Ich habe gekocht, wie nichts Gutes, so, ja? Ich hoffe, ihr habt nette Kommentare reingeschrieben. Wir nehmen gerade direkt aneinander auf. Ich bin noch ein bisschen heiser tatsächlich, weil ich bin ein bisschen ausgeflippt. Ich bin ein bisschen ausgeflippt letzte Folge. Ich fand das echt krass, da war ich überrascht. Ich bin eigentlich nicht so ein guter Koch, ja, aber das habe ich ein bisschen so halb, halb gerockt. Ich finde, ich habe aber gut geholfen. Ja, hast du. Ohne dich wäre das nicht möglich gewesen, keine Frage. Ja, du hast schön geschnibbelt und gewollt. Oh nein, es ist schon wieder was in den Wolken. Was? Ich dachte, wir haben das geschafft mit den Wolken. Da sind wir letztes Mal abgestürzt, das war nicht gut. Und du bist zweimal runtergefallen. Und es hat gebrannt. Es war eigentlich komplett katastrophen die ganze Zeit. Oh nein, es ist so ein Riesen... Oh, guck mal, mit Restaurant in the Sky. Was ist denn das jetzt für ein Gericht? Oh, scheiße. Ich mache zweimal Nudeln, ja? Andi, die Fischers müssen auch in die Pfanne, ne? Ja, ja, ich nehme für schon... Das kann gar nicht so in die Pfanne, du musst jetzt erst schneiden. Ja, ja. Äh, äh, hier, koch, was? Ja, weg, du bist weg, abstellen. Ja. Immer normalerweise nicht den Topf nehmen, sondern so nebenan gehen. Ähm, äh, ja. Ich mache mal noch mehr Nudeln, oder? Ja. Ich baue noch den... Ah, ich komme da nicht mehr. Ich kann nicht zu dir. Oh? Ich bin weggesperrt. Ich habe nochmal Fleisch hier für die Pfanne. Ja. Hast du den Fisch? Ne, den hole ich jetzt. Den Fisch muss ich zuerst braten, weil wir brauchen wir hier für Dings. Okay. Wo ist denn die Spüle? Ein Gericht ist fertig, bitteschön. Wo ist denn die Spüle? Wir müssen doch irgendwo frische Teller herbekommen. So, Fisch ist einmal schon fertig. Fleisch in die Pfanne. Nudeln. Ah, ich komme schon wieder nicht drüber. Nudeln. Ne, ich glaube, das ist wieder leider ein schlechter Start. Hast du oben keine Nudeln hingetan? Ne, ich komme ja nicht durch. Das war ja wieder hier... Ah! Lass mich auch nicht. Du hast mich gerade drüber geschickt. Ja, habe ich aber zu Recht, muss man auch dazu sagen. Ei, 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 ei. Das war gar nix. Minus 90? Ja. Die sind drei Leute, die sind weggegangen, weil wir zu langsam waren. Ich glaube, es liegt daran, dass du Fleisch mit Fisch gemischt hast. Wer macht denn sowas? Surfen Turf. Außer waren manche Gerichte so. Ei, 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 ei. So, komm, jetzt gib dir mal Mühe, ja? Jetzt gib dir mal Mühe. Zweier Versuch, ja? Jetzt muss das Ganze passen hier. Du kannst gerne Boss sein. Sei du Boss, sag mir, was ich machen muss, ja? Ja, aber dann mecker nicht danach, dann mecker nicht, ja? Wenn du es so alles so besser weißt, hier, oh, Fisch und Fleisch nicht müssen, oh. Wenn du es so gut weißt, dann bist du jetzt mal Chef von der Küche hier, ja? Und sag mir, ich mache alles, was du sagst. Also, Nudeln. Nudeln? Nudeln. Okay, ich mache Nudeln. Nudeln. Ich mache einfach, was du sagst und ich gebe dir Rückmeldung rüber. Eine Nudeln sind im Topf. So, und dann kannst du den Fisch als nächstes in die Pfanne tun, bitte? Okay, Fisch als nächstes in die Pfanne, sagst du? Ja. Du meinst die Garnelen oder was ist? Genau. Alles Fisch. Garnelen in der Pfanne, einmal Nudeln fertig. Dann tue die Nudeln auf den Teller, mache neue Nudeln. Okay, zweimal Nudeln auf Teller stehen bereit. Ja. Irgendwas piept. Ja. Holst du? Ja. Sehr gut. So, und dann kannst du hier mal weitermachen, um dich ums Fleisch gehören. Wo wir weitermachen? Fleisch, Fleisch, guck mal nach dem Fleisch. Okay, Fleisch ist fertig, glaube ich. Kannst du auch schon Nudeln drauf machen. Okay. Und dann haben wir schon zwei. Äh, okay. So. Perfekt, dann gehen wir auch ab. Sehr gut. Dann wieder Nudeln kochen, bitte. Jo, mache ich. Das ist doch gut, richtig schön Timo. Einmal Nudeln sind durch. Ja. Dann kannst du schon das Fleisch sprät, hab das so ein bisschen im Auge einfach. Jo, soll ich auf den Teller tun, ja, ne? Ja, es war noch nicht fertig. Okay, wenn es fertig ist, tu ich auf den Teller. Dann ist das Gericht fertig. Job ist fertig. Nudeln sind gleich fertig und werden gleich piepen. Ja. Hier sind mehr Nudeln im Topf. Jetzt schnell, du musst holen, ich kann nicht, du musst holen, ich kann nicht, ich kann nicht. Schnell, nimm einfach unser Tisch. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, kannst du das Fleisch mitnehmen? Ach nein, du hast Nudeln. Jo. Äh. 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 Wir müssen schnell das Fleisch braten. Was kommt als nächstes? Fisch, okay. Guckst du hier nach den Sachen kurz? Ich mache, ich schneide kurz neuen Fisch. Ähm. Es muss Fleisch mit Nudeln. Ja. Wir brauchen Fleisch mit Nudeln. Ah. Ich kann irgendwie das hier nicht. Da, okay, jetzt. So. Okay. Ich bin gerade mega konzentriert. Ja, ich merke das schon, aber sehr gut. Bist du jetzt, bist du wirklich ein guter Chef. So, ja, siehst du mal. Zack, wird rausgegeben. Wir brauchen aktuell Nudeln, wir brauchen neue Nudeln. Äh, Nudeln brauchen wir. Okay, hole ich, ich kann gerade noch nicht rüberkommen. Ich kann gerade leider nicht rüber. Nimm das schon mit, wenn du kommst. Die Garnelen. Nimm die Garnelen mit. Okay. Ja. Wohin? Ähm, da ist noch eine Fahne offen, da kannst du es rein tun. Oh, schnell den Fisch, der Fisch, der Fisch, der Fisch. Jo, ich kann doch noch aus dem Lachst. Ja, ja, alles gut. Guck mal, du dich nur darum, dass nichts verbrennt. Ja, das mache ich gerade. So, dann kannst du, dann kannst du den fertigen Fisch, die beiden Fische zusammen mit Nudeln. Okay, ja, Fisch brauche ich nur noch, wo ist der Fisch? Ach, hast du beide Fische? Ja, ich sehe nicht, wo der andere Fisch ist. Ich bin runtergefangen gerade. Oh Gott, ich sehe nicht, wo der Fisch ist. Ähm, da, ja, ja, tu den da drauf. Okay. Nee, das ist der Falsche. Ja, perfekt. Ja, ich dachte schon, ja, ja. So? Okay, ich bringe Zeug, bringe Nudeln mit Nudeln, wir haben keine Nudeln mehr. Okay, schnell, 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 schnell. Ja, ich laufe, also schnell geht's. Komm, 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 komm. Zack, ist noch durchgegangen. Hier, nimm du die Nudeln. Nimm die Nudeln. Ja. Ich schneide Fisch. Wohin soll ich Nudeln? In den Topf, in den Topf, in den Topf. Und da, ja, wir haben einmal Nudeln fertig. Okay, wir müssen weiter Fische machen. Sind dann noch, da ist noch ein Fisch, den kannst du braten, oder? Ist der noch nicht fertig geschnitten? Ja, ist noch nicht geschnitten. Da ist der noch nicht geschnitten. Hier ist was zum Braten. Wo ist eine Pfanne? Wo ist eine Pfanne? Da steht eine. Das kriegen wir noch, das schaffen wir noch, das eine, komm. Nee, drei Sekunden, drei Sekunden, ist vorbei. Ist vorbei. Ah, wir haben noch einen Minus bekommen. Ah, also ich würde sagen, der Anfang war richtig gut. Wir haben es immer geschafft. Immerhin, wir haben es geschafft. Ja, wir haben es geschafft. Der Anfang war richtig gut, ab der Hälfte ist irgendwie bergab gegangen. Aber du hast, am Anfang hast du einen guten Chef gemacht. Und dann bist du durcheinander gekommen. Aber wir haben es geschafft, ne? Wir haben es geschafft. Also, dementsprechend, das ist sehr gut. Also, du hast deinen Chef schon okay gemacht. Und wir sind weiter im Gegenblick. Oh, Regenbogen. Regenbogen? Da ist noch Regenbogen. Ja, was ist das hier? Jetzt bist du Chef. Ja, gerne. Machen wir. Oh, wieder. Ich möchte nicht mehr im Himmel kochen. Ich hasse das. Eigentlich macht es keinen großen Unterschied, wo man kocht. Aber ich möchte nicht im Himmel kochen. Komm, wir machen so eine Hammerrunde, komm. Wir machen so eine Hammerrunde, okay? Okay, du musst Nudeln mir rüberwerfen. Ich muss dir Nudeln rüberwerfen. Los, und danach Fleisch rüberwerfen. Okay. Nee, Fleisch schneiden und dann rüberwerfen. Hier, Nudeln. Top, Fleisch schneiden erst, okay? Fleisch schneiden. Ja. Und dann rüberwerfen. Und dann machst du nochmal Nudeln und Pilze. Los, los, los. Ja, ich muss auch zielen. Oh Gott. Oh nein, nochmal schnell, 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 schnell. Ja, siehst du? Oh Gott. Wie soll ich das denn? Mann, ich kann doch nicht so perfekt zielen. Los, los, schaffst du es. Ja. Ja, sehr gut. So, was brauchst du Nudeln? Pilze, Pilze. Pilze. Geschnitten oder so? Äh, so, geschnitten, geschnitten, geschnitten. Auf jeden Fall geschnitten. Ach, du hast aber auch ein Schneidebrett, ne? Du kannst auch. Ach so, dann kannst du mir auch was rüberwerfen, ja. Sorry, das habe ich eigentlich gesehen. Komm. Sehr gut. Was brauchst du noch? Ähm, ich brauche noch Fleisch. So, ein Gericht habe ich schon. Oh, kannst du mir das nicht rüberwerfen? Oder ist dann doch hohe Zutaten nur? Weil ich brauche das. Musst du das vielleicht da drauf stellen? Darauf stellen, ja, ja. Oh fuck. Du musst das auf den Tisch da stellen und dann muss ich es mir holen. Okay, ja, super, okay. Okay, das kriege ich es da. So, ich komme jetzt die Nudeln, die kommen in den Kochtopf rein. Jo, oh, ich stelle es hier hin. Ja, perfekt. Sag, habe ich es hingestellt. Okay, Nudeln sind im Topf. Ich brauche noch mal Nudeln. Ich brauche noch mal Nudeln. Okay, noch mal Nudeln kommen. Nudeln und dann noch mal Pilze direkt danach. Okay. Kommt schon, 19 Sekunden. Okay, wir können nichts mehr machen. Du musst beide nicht abgeben. Die sollen beide abgeben. Go, 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 nimm doch. Los, go. Und das andere auch noch. Los, los. Los, wir sagen. Oh, immerhin, immerhin die. Aber das reicht nicht. Eieieiei. Oh Gott. Das ist nur irgendwie zu langsam geworden. Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen, Herr Chef? Ich habe halt eine schlechte Mitarbeiterin. Du hast mich nicht gut instruiert. Du warst selbst total verwirrt. Ja, ich war verwirrt. Du hast keine Übersicht über das Geschehen gehabt. Okay. Los. Nudeln. Perfekt. Am besten. Ich muss die ganze Zeit hier rumrennen, okay? Nudeln. Das heißt, du behältst im Auge, was ich brauche und gibst mir einfach rüber. Und alles, was kommt, mache ich einfach, okay? Aber du musst eigentlich der Boss sein hier. Nudeln. Und du musst... Nudeln. 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 Und du musst... Ja, aber, 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 ähm... Ich werfe dir alles hin, was ich habe. Nein, nicht alles, was du hast. Das ist ja unendlich. Soll ich einfach nur das werfen, was wirklich gerade gebraucht wird? Ja, du musst es im Auge behalten, okay? Weil ich kann es nicht im Auge behalten, weil ich viel mehr Stress habe hier. Also wir brauchen zweimal Pilze auf jeden Fall jetzt, ja? Okay, ein Pilzgericht, muss ich auch merken, ist fertig und kommt. Okay, perfekt. So, und zweimal mehr Pilze werden gemacht. Ich brauche trinken Nudeln. Hier ist Fleisch. Nudeln, Fleisch. Ja, ich brauche nochmal Nudeln, 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 Nudeln brauche ich. Ja, kommt. So schnell es geht, Nudeln. Ich brauche nochmal Pilze. Also, also das Gericht mit Pilzen, bitte. Ja. Einmal das Gericht mit Pilzen. Dann, danach brauche ich eins mit Fleisch, ja? Ja, ja. Stell es hin, stell es hin. Ja, ja. Oh Mann. Ich, diese Steuerung, ne? Oh Mann. Zack, okay, ich habe es, ich habe es, ich habe es. Pilze werden gemacht. Sehr gut. Nudeln sind fertig. Ich bringe dir einen Teller zurück. Ja? Ja, ein sauberer Teller, komm zurück. Ja, perfekt. Und jetzt brauche ich eins mit, ich brauche aber Fleisch. Ich brauche Fleisch. Du brauchst Fleisch? Ja, ich brauche eins mit Fleisch jetzt. Fleisch wird gemacht. Fleisch ist doppelt in der Zubereitung. Da kommt ein sauberer Teller für dich, wenn du möchtest. Sauberer Teller, oh ja, oh ja, oh. Ich möchte immer saubere Teller haben. Super. Nudeln. Ich brauche immer noch eins mit Fleisch. Fleisch, ja. Fleisch kriegt, kommt. Fleisch kriegt es da. Du kannst das andere auch schon abstellen, wenn du magst. Dann habe ich das, also hätte ich beide abstellen können. Äh, ja, sorry. Wir haben sofort als nächstes mal beschäftigt. Nun sind wir fertig, ich brauche Nudeln, Nudeln, Nudeln. Was brauchst du, Nudeln? Und Teller, Teller, Teller. Ja, ein Teller kommt zurück zu dir. Okay. Wasch, äh, du kannst keinen Teller waschen, ne? Nee, ich habe keinen zum Waschen im Moment. Und jetzt schnell den draufstellen mit den, mit den Pilzen. Jo, wird draufgestellt. Das Teamwork, das ist Teamwork hier. Perfekt, da ist der Teller. Was brauchst du gerade als extra Essen? Noch Fleisch, ne? Ich brauche Fleisch als nächstes, ja. Und hier sind Nudeln. Oh, es wird knapp, es wird knapp. Schnell, es kommen zwei Ersten, zwei Ersten, komm. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Doch, musst du. Schaffe ich es beide zu nehmen? Schaffe ich es beide zu nehmen? Ja, easy, werfst du, musst du einfach nur neben dich stellen. Los. Los, hol den nächsten, easy. Okay, perfekt. Aber ich habe es nicht geschafft, dir den sauberen Teller zu geben. Hast du noch einen Teller? Ja, einen Teller habe ich noch. Einen, einen ist noch auf dem Weg. Einen ist noch auf dem Weg. Ja, ich brauche Champignons, also Pilze. Ja, ein Pilzessen kommt. Perfekt, super, sehr gut. So, ja. Ja, weil ein Pilzessen auch rückweg, das glaube ich, das letzte was wir schaffen. Oh, ich brauche Fleisch danach, aber es haben wir eh nicht. Ich gehe dann stelle ich auch den Teller einfach weg. Ja, ja, einfach nur den Teller, das alles wir schaffen. Ja. Zack, und boom. Bütze, Lars, es funktioniert. Komm, komm, das war mega, egal, was der Ergebnis jetzt ist. Ich darf es nicht mehr negativ geben. Komm, komm, komm. Ey, aber es war stark. Wir haben das gut gemacht. Wir haben das wirklich gut gemacht. Wir waren hochkonzentriert. Ja. Wir haben uns eigentlich keine Fehler erlaubt. Nee, wirklich. Muss man sagen. Achso, und? Ja! Jawoll! Ha, ha, ha! Yes! Und da möchte ich... Da gibt es mal einen Daumen hoch von mir. Da gibt es auch von mir einen Daumen hoch. Ja, 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 ja. Alter, boah, da tanzt der Kevin und der Zwiebelkönig aber auch noch. Wuhu! Sehr gut! Ey, das war hart. Ja. Aber wir haben halt gut zusammengespielt. Da muss man sagen, jetzt haben wir mal richtig zusammengespielt. Eigentlich war es keiner boss dieses Mal, sondern jeder hat zu seiner Seite gemacht und so. Also, wir wachsen hier auch als Köcheteam, wachsen wir hier im Let's Play aneinander. Vielen Dank euch auf jeden Fall fürs Zuschauen wieder bei der heutigen Folge von... Oh, mal guckt! Mit dem Level hier geht es dann wahrscheinlich in der nächsten Folge weiter. Wenn ihr Spaß am Let's Play habt, dann drückt auf jeden Fall einen Daumen nach oben, damit wir das Ganze sehen. Und abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, um die nächste Folge nicht zu verpassen. Und heute sollte ich mal nette Kommentare für Katja unten reinschreiben, ja? Ja, ich hab auch gut geworfen. Ich hab auch gut geworfen. Ich glaub, ich hab nichts fallen lassen. Stimmt, wir haben beide, glaub ich, nichts fallen lassen. Und ich hab nicht sogar halb gelernt, wie man die Sachen... Wie man die Steuerung macht, weil die ist echt manchmal ein bisschen komisch. Aber... Aber ja, ich bin ja auch nicht der Koch-Profi. Nicht so sehr. Aber wir werden das jetzt. So langsam werden wir. So langsam werden wir echt richtig gut, Leute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, mach's gut! Ciao, ciao! Ciao, ciao!